Hallo ihr Lieben, heute ist immer noch Tag Siegen, ein zweites Video. Das hängt damit zusammen, dass wir einen Abschnitt haben im Markus Vergeben Kapitel 3, der vielen Menschen Sorge bereitet, der sie auch in innere Unruhe versetzt. Und deshalb habe ich mich entschlossen, einfach nochmal ein kleines Special hinterherzuschieben, ein paar Gedanken und vielleicht helfen sie euch, falls euch diese Fragen auch bewegen. Ich würde gerne aus dem Markus Evangel mal die Verse 28 Kapitel 3, Verse 28 bis 30 nochmal mit euch kurz angucken. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden den Menschen Kindern vergeben, auch die Lästerungen, wie viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig. Denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Das Thema, was hier angesprochen ist, und das ist etwas, wenn du länger in Kirche bist, hast du das vielleicht schon mal gehört, die Sünde gegen den Heiligen Geist. Das ist etwas, was in frommen Kreisen immer mal wieder kursiert. Und der Hintergrund dieser Rede ist genau dieser Abschnitt, diese drei Verse hier im Markus Evangelium. Jesus sagt ganz deutlich, alles, alles kann vergeben werden, egal wo du stehst, egal was dich bewegt, alles kann vergeben werden, selbst wenn du fluchst, selbst wenn du Jesus lästerst, verleumdest, alles kann vergeben werden. Das ist die eine Seite dessen, was Jesus sagt. Die andere Seite ist, aber wer den Heiligen Geist lästert, für den ist es zu spät. Und meines Wissens ist das die einzige Stelle, wo es um dieses Thema geht, wo es wirklich ein zu spät in der Bibel gibt, wo wir so sehr Gottes Heiligkeit mit Füßen treten, dass es kein Zurück mehr gibt. Ich habe immer wieder Menschen getroffen, gerade Menschen, die wirklich ihren Gott lieben, die diese Frage stellen, Pastor, habe ich an dem Punkt das getan? Kann das sein? Und meine Antwort ist immer, nein, wenn du so fragst, dann glaube ich das nicht. Warum? Ich glaube, dass Menschen, die diese Sünde begangen haben, dass die diese Frage nicht mehr stellen. Denn diese Frage wird dann gestellt, wenn der Heilige Geist an meinem Herzen arbeitet und mich näher zu ihm zieht. Diese Frage wird nicht gestellt, wenn ich wirklich den Heiligen Geist mit Füßen getreten habe. Worum geht es ganz konkret? Ich möchte mit euch einmal kurz in den Hebräerbrief hineingehen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mitblättern. Hebräerbrief, Kapitel 6. Da ist ein Abschnitt, der das ein bisschen besser erläutert. Dort heißt es, es ist unmöglich, die, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Hier wird von Menschen geredet, die ganz genau wissen, wer Jesus ist, die ganz klar sich gegen Jesus entschieden haben, nachdem sie vorher einmal wirklich bei Jesus waren. Und da sagt der lebendige Gott, hier gibt es ein zu spät, hier gibt es ein kein Zurück mehr. Ähnlich wird das im 10. Kapitel des Hebräerbriefes nochmal gesagt, Kapitel 10, Verse 26 und folgende. Dort heißt es, Wir haben einen liebevollen Gott, einen geduldigen Gott. Wir haben einen Gott, der weit über mein Verstehen hinaus immer wieder uns hinterherläuft. Und wir haben einen heiligen Gott. Ich glaube, dieser heilige Gott begegnet uns in diesem Moment hier, wo deutlich wird, irgendwann gibt es ein kein Zurück mehr. Wer weiß, wer Jesus ist, wer eine klare Entscheidung für ihn getroffen hatte, wer mit ihm gelebt hat, wer den Heiligen Geist erlebt hat und wer sich dann bewusst von Jesus abwendet, wer bewusst sagt, ich will nicht mehr mit dir zu tun haben, ich will nichts mehr von dir hören, du bist nicht mehr mein Gott, der muss sich an diesem Punkt dieses harte Urteilen anhören. Der muss an dem Punkt wahrnehmen, es gibt einen zu spät. Aber, weil der Heilige Geist aufgehört hat, an ihm zu arbeiten, wird er das auch nicht mehr als Frage stellen. Deshalb, und das ist mir aus seelsorgerlichen Gründen ganz wichtig, wenn du in irgendeiner Art und Weise diese Frage stellst, dann kannst du sicher sein, es ist der Heilige Geist, der an dir arbeitet, der vielleicht an einem bestimmten Punkt in deinem Leben auch sagt, du, bitte nimm ernst, wer ich bin, nimm ernst, was Jesus getan hat. Aber ich kann dir zusagen, im Namen Jesu, wenn du dir diese Frage stellst, dann trifft dich dieses Wort nicht. Aber vielleicht ist es manchmal gut, wenn wir ein wenig erschaudern vor dem lebendigen, heiligen Gott und dann hinlaufen zu dem lebendigen, barmherzigen, genädigen Gott, der uns immer wieder seine Hände aufstreckt. Das waren ein paar Gedanken zu diesem schwierigen Abschnitt. Lasst uns zum Abschluss noch beten. Jesus, das ist ein hartes Wort, dass es tatsächlich für Menschen kein Zurück mehr gibt. Herr, ich bete zuerst für alle, die jetzt diese Frage sich stellen, dass du ihnen Frieden gibst, weil die Frage allein ein Zeichen ist, dass der Heilige Geist arbeitet. Dass wir ernst nehmen, dass du nicht nur ein barmherziger, gnädiger Gott bist, sondern auch ein heiliger Gott. Herr, lege du deinen Frieden in unser Herz hinein. Und wir beten darum, für deine Gemeinde, für die Menschen, die wir kennen, dass du davor bewahrst, dass wir diesen Schritt gehen. Danke, Herr, dass du größer bist als wir, dass deine Gnade größer ist, als wir das verstehen können. Amen.